mann aber die letzten 60 70 sekunden mit dem kopf dann noch mal mit dem kopf der posten die immer noch stehen und dann macht er mit dem fuß rein dritte minute und der junge tun sei der artig beim eckfall auf der linie bleibt und diesem treiben dann relativ hilflos zuguck die flanke kam von hamann abgefälscht jetzt sie betritt daneben jetzt helmer den posten kennt er schon okay jetzt ist aber schluss drin ist er 1 zu 0 zufriedene trainer sehen anders aus die beiden das ist alles wieder die war gelaufen Perfekt gemacht, sofort draufgehalten, schön flach über den Ball, Spann festgestellt für den Lehrfilm. Man kann sich so viel auch mal bis zum Ende ansehen. Und das ist jetzt ein guter Platz, der goalkeeper, Fesli, hat keine Chance. 1-0 dann zu Bayern München. Und dann ein klassischer Counterattack in der 30th Minute. Ball von einem Ende zu der anderen, und Elba da, nur denied by den Woodwork. Elba war desperately unlucky, aber ein great move. Und dann noch ein freer Kick. Es ist ein re-Player, der erste Goal. Es kam in der 31st Minute, aber dieses Mal, es war Thomas Helmer. Well, Bayern München figured out that they had the superiority in the air. Und dieses Mal, der Kapitän Thomas Helmer kommt vor. Er rises, unchallenged, really. Und der goalkeeper, once again, hat no Chance. Der Freer Kick kam in von Michael Tarnett, once again. Und look at this, for a glorious header by the captain, Thomas Helmer. Yes, a great header, this, from Thomas Helmer. His third goal in this season's UEFA Champions League. He brought up a 2-0 scoreline. And then in the 72nd Minute, another attempt by the aerial route.